Herzlich willkommen im Gasthof Bern. Der Gasthof Bern bietet 25 Zimmer mit circa 50 Betten für unsere Hausgäste und die meisten buchen bei uns Halbpension und können am Abend dann das Abendessen wählen, was sie gerne haben würden. Weiters haben wir im Gasthof Bern zwei Restaurants, eine schöne Sonnenterrasse mit wunderbarem Blick auf die Hängebrücke. Als Entspannung, so wie immer die schöne große Saunalandschaft mit über 100 Quadratmetern oder eine Massage und direkt hier vorm Haus geht auch der Fernwanderweg E5 vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns besuchen kommt und einen wunderschönen Tag mit dir.